Sie sind wieder Teil eines Parks. Vor sechs Jahren mussten diese Bäume im Schlossgarten Stuttgart 21 weichen. Jetzt haben sie als Kunstwerk einen neuen Platz in Leonberg gefunden. Über drei Jahre hat Michael Lange an den bis zu sieben Meter hohen Bäumen gearbeitet. Angelehnt an alte Eisenbahnschienen sollen sie nun auf dem alten Golfplatz genau wie früher zum Verweilen einladen.